Also, dann kommt mir jetzt die Aufgabe zu Ihnen in den nächsten 20 Minuten ungefähr, wir sind gut in der Zeit, von dem her entspannt es mich auch ein bisschen, Ihnen in den nächsten 20 Minuten mal den Stand der Dinge im Reallabor-Universum näher zu bringen und auch ein paar Ausblicke wagen, wo es denn noch mit den Reallaboren hingehen könnte. Das habe ich genauer vor. Zunächst ein paar Worte zum Konzept Reallabor. Ich denke, das ist notwendig, damit wir uns alle verstehen, sozusagen, dann auch verständigen können. Dann zum Stand der Dinge und anschließend möchte ich Ihnen in zwei Bereichen Vorschläge machen, wie man Reallabore auch sinnvollerweise noch weiterentwickeln könnte. So, danach gibt es Fragen und hoffentlich eine Diskussion. Zunächst aber zum Konzept Reallabor. Sind einige neuere Gesichter dabei, deshalb denke ich, mir macht es Sinn, hier zumindest kurz darauf einzugehen. Ich werde allerdings relativ zügig durchgehen. Wenn Sie möchten, die Folien sind bereits oder hoffentlich demnächst auf der Webpage verfügbar, dann können Sie da auch noch mal nachgucken. Okay, wo kommen denn die Reallabore her? Sie entstammen der Nachhaltigkeitsforschung, insbesondere oder besonders der transformativen Nachhaltigkeitsforschung und sind letztlich ein Format oder eine Weiterentwicklung auch von transdisziplinären Forschungen. Das ist sozusagen die Herkunft. Ja, Reallabore sind Hybride, Gebilde, Projekte, Unternehmungen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft. Komme ich später noch mal darauf zurück. Und ein großer Meilenstein in der Reallaborentwicklung beziehungsweise auch Verbreitung war dann das erste Förderprogramm in Baden-Württemberg, Reallabore, war VüLabs genannt 2015, wo 14 Reallabore sozusagen en bloc entstanden sind. Und genau, das liegt jetzt auch schon wieder fünf, sechs Jahre zurück. Trotz allem ist der Begriff und auch das Format noch relativ jung und deutungsoffen. Ich habe Ihnen bei aller Offenheit der Deutung mal eine Begriffsbestimmung mitgebracht. Das ist sozusagen eine aus Karlsruhe, unsere hier. Das ist sicher nicht die einzige und sicher auch irgendwie umstritten, aber in weiten Teilen des Reallabordiskurses wird sowas oder sowas ähnliches unter Reallabor verstanden. Von dem her brauchen wir jetzt, glaube ich, in keine Riesendiskussion darüber einzusteigen, sondern einfach mal schauen, um was geht es denn im Großen und Ganzen. Also Reallabore bezeichnen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, um in einem gesellschaftlichen Kontext Experimente, Transformationsexperimente, Nachhaltigkeitsexperimente durchzuführen, um Transformationsprozesse anzustoßen, um Wissen zu produzieren, entsprechend wissenschaftliche und gesellschaftliche Lernprozesse dann eben auch zu verstetigen. In unserer Tätigkeit im Feld der Reallabore haben wir über die Jahre neun konstitutive Charakteristika eines Reallabors mal destilliert. Den möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Natürlich sind Reallabore Wissensproduktionseinheiten. Sie betreiben Forschung und haben eine Forschungsorientierung. Sie kommen auch aus der Forschung. Das steht jetzt auch ganz oben. Es gibt aber ein zweites Ziel, das neben dem der Wissensproduktion steht und das ist bei Reallaboren Gesellschaft gestalten, Transformativität, also Beiträge für eine Transformation zu liefern. Das ist quasi das zweite große Ziel von Reallaboren. Geleitet bestenfalls vom Leitbild nachhaltiger Entwicklung, was bedeutet, dass Reallabore irgendwie gerichtet sind, normativ sind, sprich eine wertfreie Wissenschaft passiert auch nicht in Reallaboren, zumindest nicht en gros. Der gängige Modus oder der Hauptmodus ist der Transdisziplinarität. Es gibt also sicher auch disziplinäre, interdisziplinäre und auch vielleicht nicht wissenschaftliche Aktivitäten im Reallabor, aber der Kern bildet sicher die transdisziplinäre oder von der gesellschaftlichen Seite her gesehen Partizipation. Zivilgesellschaft sollte mit involviert sein, das heißt nicht, dass es nur um Zivilgesellschaft geht, gar nichts, sondern dass diese eben auch mit einzubeziehen ist. Ein Modellcharakter ist gegeben, das heißt, man arbeitet schon für sich auch lokal, aber letztlich sollten die Ergebnisse auch übertragbar sein in andere Kontexte, in andere Städte, wie auch immer. Langfristigkeit und Laborkarakter, da gehe ich später nochmal drauf ein, sind solche Charakteristika. Charakteristika und last but not least, sind Reallabore zumindest implizit große und tolle Bildungseinrichtungen, auch wenn es der ein oder andere noch nicht weiß. Aber wir haben zuerst erfahren, wir hatten es gar nicht auf dem Schirm, dass so viel an Bildungsprozessen im Reallabor läuft. Wir hatten die Forschung und die Transformationsziele im Blick, aber letztlich passiert auch ganz, ganz viel in der Dimension Bildung. Insofern, genau, ist es einfach auch ein bisschen wichtiger. Diese Charakteristika lassen sich, also sind für sich spannend und man kann darüber lang diskutieren, sicher, vielleicht machen wir das gleich auch noch. Sie lassen sich aber auch dazu hernehmen, Reallabore mal mit anderen, ich sage mal, Artverbandenunternehmungen vergleichen. Also hier mal zu Living Labs und Sie sehen, ich habe mal ausgegraut, was jetzt bei Living Labs nicht programmatisch, würde ich sagen, vorne steht. Andere Sachen sind aber dann wieder auch gemein mit Reallaboren, also der Modellcharakter, Laborkarakter, die Forschungsorientierung und so weiter. Da treffen sich dann auch diese unterschiedlichen Lab-Konzepte mit unter und überschneiden sich auch stark. Von dem her ist die Abgrenzung auch immer schwierig und vielleicht auch manchmal gar nicht unbedingt nötig. Dann habe ich noch einen Spezialfall mitgebracht. Viele von Ihnen werden wissen, dass es auch vom BMWi Reallabore der Energiewende gibt und die sozusagen in Zahl und Größe auch wichtig sind hier in der Reallaborlandschaft. Und da habe ich auch mal einen Vergleich mitgebracht, der zeigt, dass da doch, obwohl derselbe Begriff verwendet wird, doch ziemlich auch Unterschiedliches angesprochen wird. Also Nachhaltigkeit wird zum Beispiel eng geführt in Energiewende. Das spielt als Ganzes nicht programmatisch eine Rolle. Franzis-Minarität, Zivilgesellschaft ist jetzt programmatisch nicht wichtig. Und der Laborkarakter wurde umgedeutet, der ist schon auch da, aber umgedeutet als Reallabore. Also der Kern von diesen BMWi-Reallaboren ist eigentlich der Gedanke des Experimentierraums. Und der wird dann hergestellt durch Deregulierung. Also so kann man diese Charakteristika dann einfach zum Vergleich noch einsetzen. So, jetzt zum Stand der Dinge. Wie steht es denn um die Reallabore? Und da könnte man jetzt auch wieder stundenlang sprechen. Ich mache nur einen ganz kursorischen Flug über ein paar Aspekte der Reallabor-Welt und möchte mit der Themenvielfalt beginnen. Seit der Erfindung des Reallabors haben die sich diversifiziert und in alle unterschiedlichen Richtungen thematisch entwickelt. Da reicht es, wenn Sie einen Blick auf die Homepage von unserer Tagung werfen, dort die Steckbriefe anschauen. Da finden Sie Themen von gutes Leben im Alter über Energiefragen bis hin zu den schönen Künsten. Also da ist wirklich inzwischen alles dabei. Das heißt, thematisch sind Sie nicht wirklich eingeschränkt. Und was auch ist, ist, dass den Reallaboren inzwischen auch eine organisatorische Vielfalt inne wohnt. Also da gibt es unterschiedlichste Konstruktionen mit den unterschiedlichsten Akteuren, die beteiligt sind. Mal wird ein Reallabor von einer Institution getragen, mal von mehreren. Also auch organisatorisch gibt es eine Vielfalt. Und ja, auch die Karte, wo denn Reallabore sind in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, weil es ist letztlich ein deutschsprachiges Phänomen. Reallabor sickert erst so langsam in den internationalen Kontext als Begriff zumindest. Also in Deutschland, genau, verteilen sich Reallabore inzwischen weit über die Landschaft. So von Schleswig-Holstein bis in die Schweiz. Und wenn man ganz genau hinguckt auf diese Karte, dann sieht man auch, dass die Reallabore grünes Licht haben und mit strammem Schritt vorangehen. Genau. Des Weiteren gibt es sicher Protagonisten auf Institutionen, die vorangehen in der Beschäftigung mit Reallaboren. Da wäre zum Beispiel zu nennen die Leuphana-Universität in Lüneburg, das Wuppertal-Institut oder auch das KIT, von dem ich komme, das schon viele Jahre mit Reallaboren unterwegs sind. Und Econet wäre als Zusammenschluss von Forschungseinrichtungen noch zu nennen. Und dann wären wir auch bei diesen, das wären dann auch gleichzeitig die Gründungsmitglieder des Reallabornetzwerks. Genau, aber es gibt auch weitere Player. Ich kann sie jetzt auch gar nicht alle Anzahl aufzählen. Aber der Hinweis vielleicht noch auf die TU Berlin tatsächlich, die jetzt auch neuerdings Gas gibt und sehr rührig im Reallabor-Bereich ist. Genau. Publikationen gibt es auch immer mehr. Also die Anzahl der Publikationen nimmt zu. Und letztens wieder eine von Matthias Bergmann et al. zu Erfolgsfaktoren für Reallabore sehr zu empfehlen. Aber auch viele andere. Und hier nur der Hinweis, dass so ein bisschen, naja, das Organ von den Reallaboren ist die Zeitschrift Gaia, so ein Stück weit. Also da tummelt sich viel und die Gaia-Herausgeber sind auch sehr offen für Reallabor-Beiträge. Also wenn sie da Interesse haben, das ist ein gutes Pflaster, um Reallabore quasi publik zu machen. Dann gibt es auch Verbünde, Fördergeber. Auch, also Verbünde ist hier das Reallabor-Netzwerk zu nennen. Also Netzwerk Reallabore der Nachhaltigkeit genauer. Mit aktuell 56 Reallaboren, die sich da beteiligen. Und 39 Organisationen, die sich da zugehörig fühlen. Das ist inzwischen eine ganze Menge so. Das hat auch mal klein mit 5 angefangen, jetzt sind es 56. Des Weiteren gibt es einen, auch noch einen größeren Verbund, eben diese Reallabore der Energiewende. Wo vor allen Dingen sich an Personen richtet, auch eine große Personenanzahl beteiligt ist und einzelne Projekte quasi dann gefördert werden. Und nicht zu vergessen sind hier auch die vom BMBF ins Leben gerufenen Zukunftsstädte. Also dort werden Städte zu Reallaboren oder betreiben Städte mit anderen Partnern Reallabore. Genau, das ist auch ein wesentlicher und wichtiger Reallabor-Verbund. Fördergeber. In Baden-Württemberg hat es angefangen, dann folgte Nordrhein-Westfalen und auch andere Bundesländer. Das BMBF hat das Reallabor-Konzept aufgegriffen. Inzwischen fördert auch das BMBF Reallabore Stiftungen. Immer mehr Akteure fördern Reallabore. Manche nehmen das Reallabor auch selbst in die Hand, also Kommunen zum Beispiel, die jetzt Reallabore aufmachen, quasi aus ihrem eigenen Etat und solche anschieben. Und als letzter Hinweis vielleicht noch der auf die Europäische Union, wo Labs auch immer wichtiger werden in Förderprogrammen. Und da vielleicht der Hinweis auf mögliche Transition Superlabs in Horizon Europe, die möglicherweise dann auch kommen. Genau, Fragen sind natürlich viele offen im Reallabor-Kontext. Einige wurden schon aufgeworfen. Vielen Dank an dieser Stelle an Sie, an Sie Teilnehmerinnen für Ihre Fragen. Wir haben die alle gesammelt. Das ist ein toller Katalog und man sieht, dass man da natürlich noch lange nicht am Ende ist. Das heißt, auch diese Fragen sind auf der Homepage, beziehungsweise kriegen Sie dann auch im Nachhinein bei der Dokumentation. So, das war es zum Stand der Dinge. Jetzt in aller Kürze zu dem, wie es denn auch weitergehen könnte mit Reallaboren. Und zunächst mal ein Aspekt, Reallabore organisatorisch weiterentwickeln. Also hier eine Diagnose. Reallabore bleiben, so zumindest meines Erachtens, bislang hinter ihren Potenzialen teilweise noch weit zurück. Und für eine Next Generation Reallabor gilt es, glaube ich, vier wesentliche organisatorische Aspekte in den Blick zu nehmen. Ich habe sie einmal aufgeführt, Arbeitsorganisation, sozusagen Innenarchitektur im Reallabor, Institutionalisierung von Reallaboren, der Aufbau als hybride Organisation und dann letztlich benötigen Reallabore irgendwann auch eine Verfassung. So, da sehe ich, das wären auch eigene Themen für eigene Veranstaltungen, insofern nur kurz angerissen. Zur Arbeitsorganisation, Reallaborarbeit lässt sich quasi in Schichten organisieren von ständigen Aufgaben, von Infrastruktur hin zu flüchtigen Aufgaben, zu Experimenten, die dann irgendwann auch mal zu Ende sind. Also man kann Reallabore gut und günstig organisieren. Wer da mehr erfahren möchte, sehen Sie links den Artikel quasi dazu oder kommen Sie auf mich uns zu. Zur Institutionalisierung, da werde ich mal ganz aufgeregt, weil ich glaube, da liegt tatsächlich noch das größte Potenzial von Reallaboren. Wenn man sie denn künftig als Institution des Wandels tatsächlich auf Dauer stellen würde. Momentan, Sie kennen es wahrscheinlich alle, sind Reallabore zu 98 Prozent als flüchtige Projekte für zwei, drei oder vielleicht auch mal fünf Jahre organisiert. Das heißt, es bleiben Projekte, es bleiben damit Projekte transformativer Nachhaltigkeitsforschung oder transdisziplinärer Wissenschaft. Aber Reallabore in meinem Verständnis wären tatsächlich Institutionen und das Potenzial wäre eben dann, dass diese Reallabore dann auch über 10, 20 oder 50 Jahre, vielleicht auch mal über 100 Jahre Bestand haben und Transformationsprozesse nicht nur initiieren können, sondern tatsächlich auch begleiten. Sprich, beforschen langfristig, aber auch sozusagen in der Transformation begleiten. Also da auch unterstützen in ihrem Transformationsprozess und letztlich dann eben auch Ex-Post dann bewerten können. Also als Institution des Wandels wären Sie tatsächlich tolle Neuerungen im Wissenschafts- und Transformationsgeschehen. So, das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen komisch klingen, vielleicht auch nicht, aber die doppelte Zielsetzung von Reallaboren, also Wissen schaffen und gleichzeitig Gesellschaft gestalten oder Beiträge für eine Transformation zu liefern, die muss sich letztlich, wenn Reallabore sich stabil etablieren wollen, auch in deren Innern, in deren Organisation und letztlich auch in deren Trägerschaft widerspiegeln. Ich habe das mal ein bisschen bildlich verdeutlicht hier, also Reallabore als Schnittstellengebilde haben Impulse aus der Wissenschaft und bringen Impulse in die Wissenschaft, genauso wie in die gesellschaftliche Seite. Das Ganze funktioniert aber stabil und gut und effizient nur, wenn sich diese beiden Sphären auch innerhalb des Reallabors abbilden. Also wenn die quasi sich auch innerhalb des Reallabors irgendwie organisatorisch niederschlagen. Hier ein Beispiel mal, um es ein bisschen zu verdeutlichen. Wir sind gerade dabei, das Karlsruher Transformationszentrum zu gründen als Dach über unser Reallaborquartier Zukunft. Und das wiederum wird getragen vom KIT als wissenschaftliche Einrichtung. Und wir haben einen Verein gegründet, der sozusagen das gesellschaftliche Standbein dieses Karlsruher Transformationszentrums dann bildet. Also so kann man das machen. Das geht auch mit mehreren Standbeinen, das ist ganz klar. Aber irgendwie muss sich das, was außen passiert, eben auch im Innenland wiederholfen. Sonst gibt man langfristig Probleme. Gut, letzter Punkt zum Organisatorischen. Eine Verfassung benötigen die Reallabore. Ja, mein Gott, warum denn das jetzt auch noch? Also letztlich aus zwei Gründen, beziehungsweise in zwei Richtungen, weil, ja, weil, also einmal Richtung Innenverhältnis, das muss geregelt werden im Reallabor und dann auch für das Außenverhältnis. Zum Ersten, also das kann man vielleicht an dem Laborbegriff festmachen, wenn man ein Labor langfristig und gut betreiben möchte, dann muss man dort Regeln setzen. Die dann diejenigen, die das Labor betreiben, dann auch einhalten, damit es zunächst mal langfristig funktioniert, damit es keinen Schaden nimmt, also selbst keinen Schaden nimmt und damit es auch nach außen keinen Schaden produziert. Also für sowas braucht es eine Verfassung. Und genau, und das, ja, und auch im Sinne, wahrscheinlich habe ich einen Zeitwächter, Marius, ich sehe dich nicht, aber wahrscheinlich hast du mir das geschrieben. Ja, die 18 Minuten. Okay, gut, aber, ja, wir sind ja gut in der Zeit, von dem ja, genau, kann ich da noch ein bisschen, noch ein bisschen parlieren. Okay, also, im Innenverhältnis braucht es sowas wie eine Verfassung und dann haben wir eben auch im Außenverhältnis, also, da gilt es eben zu beachten, dass Reallabore im realen Leben unterwegs sind, dass die in gesellschaftlichen Kontexten wirken und aktiv sind. Sie sind letztlich politische Akteure, so, und auch dieses Außenverhältnis muss irgendwie geregelt werden. Also so eine Satzung zum Beispiel müsste dann Fragen, oder eine Verfassung müsste dann Fragen regeln, wie, welche Rechte und Pflichten haben die Akteure im Reallabor. Wie wird entschieden, wie wird mit gemeinsamen Ergebnissen gerecht umgegangen, wer trägt wo für Verantwortung, wie ist der Außenauftritt, wo sind moralische Grenzen beim Experimentieren, aber wie umgehen mit Konflikten. Solche Fragen sind meistens noch nicht explizit, aber müssen dann längerfristig, wenn solche Reallabore dann auch stabil werden, explizit werden und eben eine Regelung finden. Und das lässt sich eben in so einer Art Verfassung dann auch niederschreiben. Zum Abschluss noch ein paar Impulse, wie dann Reallabore sich auch noch thematisch, beziehungsweise konzeptionell weiterentwickeln könnten. Da sind natürlich viele Fragen offen. Heute geht es um Impact, Übertragbarkeit und Methoden. Das sind sicher Baustellen. Ich habe nochmal vier andere mitgebracht, die ich jetzt tatsächlich nur anreißen kann und eigentlich empfehlen würde, dass man für jede der vier mal eine eigene Veranstaltung macht. Aber jetzt nur sozusagen als Ausblick nochmal, wie kann es dann thematisch weitergehen mit Reallaboren? Die eine Frage ist quasi ein Dauerbrenner, die erste. Wie es dann um die Nachhaltigkeit steht. Soll, muss, darf Nachhaltigkeit als Leitbild von Reallaboren fungieren? Und wenn ja, gilt es die Frage zu klären, wie wird es dann konkretisiert und operationalisiert? Das ist nämlich gar nicht so einfach pro Reallabor. Also das ist eine alte, aber eben auch noch eine aktuelle Frage. Und die zweite, die ist, glaube ich, sehr spannend. Da liegt sehr viel drin. Die lässt sich jetzt aber gar nicht so schnell und trivial abhandeln. Also Reallabore und Technikentwicklung konzeptionell stärker verbinden. Da ist viel Musik drin, habe ich das Gefühl. Also die Frage dahinter ist, wie lassen sich denn Reallabore und Technikentwicklung in einer sinnvollen, vernünftigen und möglichst auch nachhaltigen Art und Weise dann enger zusammenbringen? Und hier eine ganz verkürzte Antwort. Dann war es das schon wieder mit dem Punkt. Leider. Durch die Einführung von technikreflexiven Elementen, sage ich mal. Also technikreflexive Elemente, wie zum Beispiel Technikfolgenabschätzung oder Responsible Research and Innovation. Solche Elemente könnten Reallabore total bereichern, wenn man die einführt. Sie könnten Technikentwicklung besser machen und letztlich würden sie auch eine Brücke schlagen zwischen den Reallaboren und einer Technikentwicklung, die momentan noch weitgehend ohne Reallabore vonstatten geht. Also hier ist, glaube ich, viel Musik für die Zukunft drin. Man muss sich aber das eben auch widmen. Genau. Dann noch ein Wort zur Bildung. Da ist es ähnlich, dass Reallabore zumindest in den Diskursen und Bildungsdiskurs weitgehend noch voneinander getrennt sind. Auch der Diskurs von Bildung für nachhaltige Entwicklung und Reallabordiskurs ist noch weitgehend getrennt. Da lassen sich meines Erachtens viele Synergien noch knüpfen. In einzelnen Reallaboren passiert das schon wunderbar. Aber insgesamt könnte ich mir da eine sehr befruchtende Nähe vorstellen, wenn die beiden Diskurse sich ein Stück weit auch entlasten würden. Genau. Und als letztes dann noch der Hinweis, dass Reallabore sich natürlich stärker vernetzen sollen. Wir hatten es, beziehungsweise Frau Arendt hat es schon angesprochen, es geht um den Austausch, also um das Voneinander Lernen. Da ist noch, glaube ich, viel Luft, insbesondere in der dynamischen Reallabor-Welt, wie wir uns gerade befinden, wo immer wieder neue Ideen auch aufkommen. Da lässt sich viel voneinander lernen. Es lässt sich aber auch, naja, Reallabore vergleichen zum Beispiel. Also man könnte mal ein größeres Forschungsprojekt aufsetzen, wo Reallabore dann verglichen werden. Und man kann eben auch eine stärkere Stimme kriegen, wenn man sich zusammenschließt. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen und die Diskussion. Wie weit ist nicht auch die partizipative Entwicklung von Reallaboren eine mögliche Weiterentwicklungsperspektive? Hintergrund, bisher sind Reallabore in der Regel von der Wissenschaft ausgegangen. Ja, genau. Ich glaube, da haben Sie einen wichtigen oder auch einen wunden Punkt getroffen, von dem ich auch ausgegangen bin und diese innere Organisation von Reallaboren entwickelt habe, dass sich das eben auch im, was draußen passiert, im Inneren widerspiegeln muss. Also Reallabore haben nämlich letztlich ein Stück weit einen Geburtsfehler. Den haben Sie inzwischen schon ein bisschen überwunden, aber Sie sind aus der Wissenschaft entstanden und sollten aber als quasi Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft funktionieren. Und das hat am Anfang auch noch wirklich teilweise arg geknirscht an der Stelle. Das heißt, letztlich geht, meines Erachtens muss die Entwicklung dahin gehen, dass dieser gesellschaftliche Teil aufgewertet wird, dass die Akteure dann mehr Mitspracherecht haben, dass es wirklich zu einer Koproduktion von Wissen und Transformation kommt. Und damit wäre auch eben dieser Partizipationsgedanke gestärkt und der gesellschaftliche Anteil dann eben auch wichtiger. Von dem her, ja, auch Baustelle. Ich würde da gerne ergänzen, wenn wir in den Berliner Raum blicken. Das ist eine Diskussion, die wir auch im Vorfeld der Tagung ganz intensiv geführt haben. Es gibt, glaube ich, auch tatsächlich Reallabore, die erstmal die Wissenschaft gar nicht erkennt und die sehr viel später erst oder in der Dynamik im Entstehen eigentlich den Link in die Wissenschaft bauen. Ich glaube, wir haben auch heute in der Runde viele oder einige Reallabore dabei, die einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, das ist ein Moment in der Entwicklung, der unglaublich spannend ist, wo das, was Herr Parodi auch im Vortrag angesprochen hat, einfach sichtbar wird, dass es eine total dynamische Entwicklung ist und die Gesellschaft lernt, dieses Format sozusagen zu treiben, zu kapern, neu zu definieren, im Grunde genommen dieses Wechselverhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft tatsächlich zu gestalten. Und das ist das, was daran so unglaublich Spaß macht, was diese Veränderung bewirkt und diese Kraft einfach. Ich glaube, darüber werden wir ganz viel heute diskutieren. Gut, ich bin wieder Spielverderber und Zeitwächter. Wir haben noch fünf Minuten und noch ein paar Fragen, die Claudia Michel fragt. Würden Sie die Entwicklung von Technik und Digitalisierung in Reallaboren gleichsetzen oder sollte Digitalisierung anders reflektiert werden? Ja, also genau, als Mitglied eines Instituts für Technikfolgenabschätzung würde ich mal sagen, da ist Digitalisierung auch einfach eine technische Entwicklung. Von dem her würde ich es jetzt da zunächst mal subsummieren. Allerdings ist natürlich klar, dass man jede Technik immer sozusagen für sich betrachten muss, die Digitalisierung eine andere Aufmerksamkeit und andere Aspekte mit sich bringt, wie jetzt, was weiß ich, eine Energietechnik oder so. Also im Allgemeinen gleich, aber dann im Speziellen natürlich wieder total anders zu sein. Ich würde auch gerne ergänzen, ich glaube, wenn man gerade in den Bereich Kommunikation schaut, ist es eine spezielle Rolle der Digitalisierung. Ich glaube, da sieht man einfach, dass es sehr viel mehr ermöglicht und die Reichweite ganz stark dehnt. Ob das gut oder schlecht ist, das muss man wahrscheinlich sehen. Also das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir überall gerade erleben. Gut, dann fragt Frau Schaumann. Zur angesprochenen Definition und zum Stand der Reallabore. Kann ein Reallabor denn ohne Einbindung der Zivilgesellschaft nachhaltig sein? Also im Prinzip ja, würde ich mal sagen, also es ist zumindest denkbar. In der Praxis habe ich da Vorbehalte und das ist auch ein Grund, warum, wenn es um Reallabore der Nachhaltigkeit geht, die Zivilgesellschaft so eine große Rolle spielt, weil aus der Zivilgesellschaft letztlich viele Impulse Richtung Nachhaltigkeit kommen. Also dort sind eben die Pioniere des Wandels zu finden und normalerweise nicht in der EU-Bürokratie oder in der Stadtverwaltung. Also da mag es Ausnahmen geben, klar, aber die fitten neuen Ideen kommen ganz oft aus der Nische, aus der Zivilgesellschaft. Deshalb ist es, glaube ich, echt wichtig, diese Zivilgesellschaft dann auch mit und stark mit einzubinden. Also vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Das ist ja auch Teil dieser Diskussion, die wir hier haben. Das ist ja an uns sozusagen, das in ein Projekt mit reinzubringen. Entweder, wenn man ein Projekt von Anfang an plant, dann muss man natürlich Mechanismen finden, Zivilgesellschaft mit einzubinden oder man kommt später in ein sich entwickelndes Projekt und macht dann erst ein Reallabor daraus, indem man Methoden so anwendet, dass es von einem strukturierten Implementierungsprozess zu einem wirklichen Co-Development-Prozess wird. Super. Dann fragt Frau Beifuß. Gibt es bereits ein Beispiel für eine Reallabor-Verfassung oder ist da etwas in der Mache? Muss natürlich von jedem Reallabor individuell entwickelt werden, aber wäre es sicherlich hilfreich, ein Gerüst dafür im Tagungsformat zu entwickeln? Ja, also Sie haben völlig recht. Das muss dann wirklich von Reallabor zu Reallabor eben gemacht werden, weil die tatsächlich so unterschiedlich sind in Ihrem Agieren, in Ihrer Organisation, dass es, glaube ich, keinen Sinn macht, jetzt sozusagen eine Blaupause zu entwickeln. Mir ist noch keine wirkliche Verfassung eines Reallabors bekannt. Wenn Sie da was anderes wissen, dann gerne melden. Ich habe mit Kollegen einen Artikel jetzt in einem Handbuch Reallabore, das bald von der ETH herausgegeben wird, mal verfasst einen kurzen Artikel, wo die Fragen oder wichtige Fragen aufgeworfen werden. Aber das ist noch, also ist weit weg von sozusagen einer Vorlage. Aber auch das wäre quasi eine gute Übung, sich da mal dran zu setzen und zu sagen, wir probieren mal so die Eckpunkte zu formulieren oder solche wichtigen Aspekte, die man zumindest mal einmal abgefragt haben muss, sowas zu entwickeln, wäre, glaube ich, auch eine schöne Aufgabe. Gut, mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt noch, ah, doch zwei Fragen. Dann noch zwei kurze Fragen, kurze Antworten. Timo von Wirt fragt, was können Förderstrukturen und Organisationsmodelle sein, die über die von dir, Oliver, angesprochenen langen Zeiträume tragen? Also, letztlich sind wir da, glaube ich, in einem Problem, das sozusagen systemtheoretisch gesellschaftlich verankert ist, weil diese Reallabore müssten, zumindest so wie ich sie mir denke, wenn sie eben nicht nur Wissenschaft, sondern eben auch andere gesellschaftliche Bereiche umspannen, eben auch ressortübergreifend gefördert werden. Also, da müssen dann eben das Umweltministerium, das Sozialministerium und das Wissenschaftsministerium zusammen eine Förderlinie rausbringen. Das ist nicht so einfach, da knirscht immer dazwischen. Also, aber letztlich müsste es in diese Richtung gehen und auch in der Stadt, wenn Reallabore da verankert werden, ist es eigentlich am besten beim Oberbürgermeister aufgehängt und bei der Stabsstelle irgendwo so. Also, das sind, glaube ich, so Sachen, wo man quasi von oben, die müssen von oben nach unten weiter wirken, weitergetragen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein sozusagen ein sich selbst tragendes Reallabor gibt, vielleicht aus der Zivilgesellschaft heraus, wenn sich da mehrere Player zusammentun und sagen, wir möchten das tatsächlich machen und auf Dauer stellen und sich dann universitäre oder wissenschaftliche Partner suchen. Das wäre vielleicht der andere Weg von unten, aber der ist auch nicht so einfach. Ich würde an der Stelle gerne ergänzen, ganz kurz aus eigener Erfahrung. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch, gerade wenn man Richtung Stadtentwicklung schaut, Instrumente, die ähnlich sind, aber die alle auch eine zeitliche Begrenzung haben. Wenn man zum Beispiel in Berlin schaut in Richtung Bauausstellungen und all das, was sozusagen mit räumlichen Experimenten verbunden ist und wo es auch die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen, beziehungsweise solche Prozesse wohin, anderswohin zu überführen. Das ist, ich glaube, ein parallel laufender Diskurs und wir haben an der TU vor, im Rahmen dieser Netzwerkreihe, die wir planen, darüber sprechen wir heute Nachmittag noch, da mal genauer hinzuschauen, inwieweit sozusagen diese Kulturen einander nah sind, sage ich jetzt mal. Und da vielleicht auch die Möglichkeit besteht, über Aspekte wie Verstetigungen zu sprechen beziehungsweise zu gucken, sind da noch reale Berufe versteckt, die vielleicht im Grunde genommen einfach Dinge zur Debatte beitragen können, wo man lernen kann, wo im Grunde genommen Akteure dazukommen, die Verwaltung vielleicht schon geübt ist, wo man einfach nur vielleicht die Begrifflichkeit verändert und mehr Wirkung erzeugt. Vielleicht noch eine klitzekleine Ergänzung. Diese Verstetigung ist ja auch wieder unsere Hausaufgabe in unserer Arbeit. Man muss natürlich gucken, im Idealfall hat man eine Projektlaufzeit von knapp 100 Jahren, wie Oliver sagte. Das ist natürlich gut, aber oft ist das nicht der Fall und da muss man natürlich schauen, dass man quasi sein Reallabor sozusagen übergibt an jemand anders, der eine Förderung hat, der eine institutionelle Struktur hat, die eine Kontinuität ermöglicht, sodass die Kernelemente des Reallabors weiterleben, wenn auch manchmal ohne uns. Okay, dann würde ich jetzt Blick auf die Zeit. Letzte kurze Frage von der Regina Rodius und bitte um eine letzte kurze Antwort, Oliver. Regina Rodius fragt, ich fände es reizvoll und wichtig, die derzeit oft eher instrumentelle Forschung, also zum Beispiel Methoden oder Erfolgsfaktoren, um mehr erkenntnistheoretische Aspekte zu ergänzen. Also sie meint damit, was passiert eigentlich im Reallabor, welche Transformationspfade werden gefördert, welche nicht. Und dazu mehr Disziplinen zu vernetzen. Wie wird da der Stand gesehen? Also als Philosoph hast du natürlich hier meine Zustimmung und meine volle Sympathie. Allerdings, also du weißt es ja selber, es ist schwierig, glaube ich. Also diese Reallabore, da geht es schon um ein bisschen Produktion, aber letztlich sind die sehr angewandt tätig und man ist ein Stück weit weg von den tiefer gehenden erkenntnistheoretischen Fragen. Also die sind nicht so einfach im täglichen Prozedere von Reallaboren oder die gehen letztlich mal unter vielleicht, sind nicht so im Vordergrund. Und was natürlich gut tut an der Stelle, ist sowas wie Begleitforschung. Also dass man sagt, man macht eine Begleitforschung zu Reallaboren und kann dort solche, sagen wir mal, im weitesten Sinne erkenntnistheoretischen Fragen dann aufwerfen. Das täte auf jeden Fall gut. Gerade eben läuft ja jetzt wieder eine Förderung von Klimareallaboren in Baden-Württemberg an. Da habe ich jetzt aber auch noch nichts von der Begleitforschung gehört. Also letztlich ist, ich weiß es nicht, aber die Fragen stehen immer hinten an und das ist eigentlich schade. Von dem her, wenn man mal irgendwie ein Nest Erkenntnistheoretiker, Wissenssoziologen dazu bringt, hier ins Reallabor zu gucken, das wird sicher auch spannende Erkenntnisse bringen.